Kinder lieben die Tanja, die Tanja liebt die Kinder und wir kommen alle gut miteinander aus und das ist die Hauptsache. Auch mit seiner Ex-Bibi soll es übrigens hervorragend laufen. Wir sind im regelmäßigen Kontakt, jeder hat die Kinder immer eine Woche und natürlich tauschen wir uns dann aus, senden uns Bilder.